Herzlich willkommen beim Gesundheits-Talk Rummelsberg. Auch zum Thema Primärendoprothetik haben wir wieder Zuschauerfragen gesammelt. Professor Drescher, die erste Frage kommt aus Alldorf. Herr Grossmann möchte wissen, ob die Haltbarkeit eines künstlichen Gelenks positiv beeinflussbar ist. Herr Grossmann, das kann man durchaus auch positiv beantworten. Vor allen Dingen das Kniegelenk verträgt ein deutliches zu viel an Gewicht weniger. Das heißt, es macht Sinn, sowohl das operierte als auch das noch nicht operierte Kniegelenk mit einem möglichst angepassten Gewicht zu belasten. Dann ist es aber auch so, dass durch die Arthrose, also durch den Verschleißprozess, die Muskeln immer mehr abbauen. Das sieht man sehr gut in der Sprechstunde, wenn man genau hinschaut. Der Oberschenkelmuskel wird immer schmächtiger und nach der Operation, die eben fast nur die Hälfte des Erfolges darstellt, selbst wenn sie technisch perfekt ausgeführt ist, nach der Operation müssen Sie, Herr Grossmann, eben wieder die Muskeln aufbauen, damit dieses Gelenk stabil geführt wird und sich dann letzten Endes auch anfühlt wie Ihr eigenes Gelenk. Frau Stößlein aus Fürth möchte wissen, ob sie nach einer Erstimplantation wieder uneingeschränkt Sport treiben kann. Kann man fast Ja zu sagen. Einige Sportarten sind mit dem Kunstgelenk nicht ganz ideal, aber die populären Sportarten hier wie das Skifahren, insbesondere Langlaufskifahren, aber auch das Abfahrtsskifahren auf der roten und blauen Piste kann man mit einem künstlichen Hüft- und auch Kniegelenk gut ausführen, wenn das vorher schon beherrscht wurde. Das Fahrradfahren ist sogar besonders förderlich für ein operiertes künstliches Kniegelenk, weil es natürlich die Bewegung genau nachempfindet, die Beweglichkeit auch noch steigern kann und aber auch das Muskelkostüm des Kniegelenks noch einmal weiter aufbaut. Die nächste Frage kommt aus Nürnberg. Bei Herrn Herrmann steht in Kürze das Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks an. Die Fragen lauten, wie lange dauert die Operation und wann kann man die ersten Schritte mit dem Kunstgelenk wagen? Ja, vielen Dank Herr Herrmann. Das ist eine Frage, mit der sich viele ihrer Mitpatienten tragen. Das künstliche Hüftgelenk in meinen Händen dauert 45 Minuten, damit es sauber implantiert ist und zwar über den vorderen minimalinvasiven Zugang. Das bedeutet ein etwa sechs bis acht Zentimeter langer Schnitt. Hier vorne im Bereich der Hosentasche, wo ich dann eben ein Implantat, was in etwa so aussieht, implantieren kann. Die Wundheilung dauert dann etwa zwei Wochen. Dann werden die bei mir mit einer schönheitschirurgischen Naht versehenen Fäden gezogen und dann sind es noch etwa vier, drei bis vier Wochen Reha-Anstoß-Heilbehandlung, bis sie wieder fit sind. Muss es immer gleich eine Totalendoprothese sein? So lautet die Frage von Frau Aschenbrenner aus Roth. Ja, vielen Dank. Auch das ist eine Frage, Frau Aschenbrenner, die mir viele Patienten stellen. Es ist natürlich so, dass das Material, aus dem die Prothesen gefertigt sind, man sieht es hier ganz gut, teilweise Keramik, teilweise Metall, eine ganz andere Härte hat als das menschliche Gewebe. Das heißt, wenn man nun nur einen Teilersatz machen würde und eine Keramik auf dem natürlichen Gelenk reiben lassen würde, würde es hier also ganz schnell zu einem Defekt bis hin, man kann fast sagen, Loch kommen. Das heißt, es braucht tatsächlich die technische Paarung aus zwei Komponenten, wie zum Beispiel hier bei der Hüfte, aus der Pfanne und aus dem Schaft mit Kopf, sodass also zwei harte Oberflächen aufeinandertreffen und es hier also nicht zu einem Direktabrieb auf dem menschlichen Gewebe kommt. Sabine Helmreich aus Neumarkt schreibt, kann eine Beinlängendifferenz im Zuge einer Hüftprothese ausgeglichen werden? Ja, wir haben, Frau Helmreich, also recht viele Patienten traditionell hier schon am Krankenhaus Rummelsberg mit zum Beispiel angeborenen, dysplastischen, also nicht optimal geformten Hüftgelenken und da kann es sogar recht deutliche Beinverkürzungen geben, schon ab Geburt und hier können wir also bei der Hüftprothesenimplantation bis zu zweieinhalb Zentimeter Beinlänge ohne zusätzliche Maßnahmen ausgleichen, was dann auch nochmal zu zusätzlicher Stabilität am Hüftgelenk führt, denn man muss sich vorstellen, im Bereich bis zu 2,5 Zentimetern ist gar kein Problem. Die nächste Frage kommt aus Amberg. Frau Meister möchte wissen, was sie proaktiv tun kann, damit ihr Knie noch länger hält. Frau Meister, Sie können eine ganze Reihe an guten Dingen für ihr Kniegelenk tun. Die gesunde Ernährung wird immer moderner. Wir haben einen steigenden Anteil an Bio-Lebensmittelgeschäften. Das ist sicherlich erstmal eine Maßnahme, um auch genügend Nährstoffe ans Kniegelenk heranzuführen und aber auch das Körpergewicht möglichst optimal zu halten, was beim Kniegelenk wirklich entscheidend ist. Dann ist es sinnvoll, für das Kniegelenk angepasste Sportarten zu wählen, wie das Schwimmen, das Radfahren, das Skilanglaufen zum Beispiel, um nicht nur das Gewicht optimal zu halten, sondern auch die Kniegelenksmuskeln eben fit zu halten. Manche Dinge kann man nicht beeinflussen. Viele von uns Männern sind mit O-Beinachsen, man denke an einige Fußballspieler, geboren und das ist eine sogenannte Präarthrose. Das heißt, durch die Belastungslinie, die bei so einem O-Bein schon per se durch die Innenseite des Kniegelenkes führt, kommt es eben zunächst zu einer einseitigen, aber vermehrten Abnutzung des Kniegelenkes und da macht es Sinn, frühzeitig eine Achsbegradigung durchzuführen, was dann natürlich nur vom Spezialisten wie uns durchgeführt werden kann. Aber ansonsten sind die erstbeschriebenen Maßnahmen schon ein guter Ansatz, um lange mit Ihrem eigenen Knie zurecht zu kommen. Sie möchten auch, dass das nächste Mal Ihre Frage mit dabei ist? Kein Problem. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an gesundheitstalk.sana.de. Wir freuen uns auf Ihre Frage. Bleiben oder werden Sie gesund!